Hey, ihr seid ja auch schon wieder dabei. Ich kann es nicht fassen. Ihr wartet, dass ich euch zeige, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe? Ich meine, heute ist der 3. Oktober jedenfalls, wo ich das aufnehme. Und das ist ein Feiertag. Es ist Donnerstag, mitten in der Woche. Ich meine, glaubt ihr nicht, ich schlafe aus? Ja, ihr habt es richtig erfasst. Ich habe nicht ausgeschlafen. Ich bin mit meinem Bruder zum Flohmarkt gefahren. Und was wir da gefunden haben, zeige ich euch gleich. Der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, ist ein Feiertag in Deutschland. Und ja, er wechselt. Und diesmal war er auf einem Donnerstag. Also mitten in der Woche. Das heißt, man hat bis Mittwoch gearbeitet und hätte die Chance auszuschlafen. Ja, und das hat mein Bruder und ich nicht ganz gemacht. Wir sind relativ früh. Was heißt früh? Wir sind um sieben losgefahren. Wir fahren etwa eine Viertelstunde zum Flohmarkt. Dann war es hell genug. Und ja, dann sind wir da bei doch ein bisschen frischen Temperaturen einfach mal über den Flohmarkt gegangen und haben gehofft, dass wir da was Schönes finden. Und ich muss sagen, am Anfang war es auch schwierig, denn dieser Flohmarkt, das war einer auf einem Parkplatz von einem Möbelhaus, ist von einem festen Veranstalter, der regelmäßig diesen Flohmarkt dort veranstaltet. Ich glaube, so etwa vier bis fünf Mal im Jahr, so alle zwei Monate, kann man grob sagen. Ja, also beziehungsweise die Flohmarktzeit beginnt bei mir ab März. Deswegen kann man das so im halben Jahr vier bis fünf Mal, ja, das ist fast, fast, ja, einmal im Monat, egal, darum geht es gar nicht. Jedenfalls sind da eine ganze Menge private, aber auch diese Semi-Händler, Entrümpler, so ein paar typische Gaming-Händler. Diesmal waren aber nicht so viele davon da. Ich hätte mich auch links liegen lassen eigentlich und es gab eine Menge DVD-Händler, Schallplattenhändler und so weiter. Da sind wir immer ein bisschen am Stöbern, mal gucken, aber noch so halb. Wir suchen einen Wert von den Privaten, von den Leuten, die ausmisten und da waren wir doch ein bisschen fündig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar schöne Sachen gefunden und ich überlege gerade, womit fange ich an und ich fange gleich mit Klamotten an. Ja, fange ich mit Klamotten an. Ich habe ein T-Shirt gekauft und das ist noch nicht mal meiner Größe, aber bei dem Motiv für drei Euro konnte ich einfach nicht Nein sagen. Das passt mir überhaupt nicht, aber Mask für drei Euro. Ich meine, das ist jetzt ein neueres T-Shirt wohl, aber es ist gewaschen und für drei Euro. Ja, ist ein Hingucker, den man, was man vielleicht auch so ausstellt, aber es ist Mask. Man sieht das nicht alle Tage. Konnte ich nicht liegen lassen. Genauso wie ich für einen Euro diesen Einkaufsbeutel mitgenommen habe. Achso, falsche Seite. Ich sah das Bild und meine Schwester ist riesen Disney-Fan und da habe ich gedacht, komm, frag mal nach und die wollte einen Euro haben. Und ich habe gesagt, ja komm, nehme ich mit. Ich habe meiner Schwester sowieso einiges noch mitzubringen und da habe ich gedacht, das besser geht es nicht. So einen schönen Beutel. Und ja, wie man schießt auch ist, man hat es mitgenommen, wie gesagt, für einen Euro. Ich glaube, für einen oder zwei Euro, ich glaube, zwei Euro hat mein Bruder diese künstliche, naja, künstlich sage ich natürlich, diese Lego-Kopiefigur mitgenommen und zwar von Stargate Anubis. Es ist jetzt ein bisschen Toys-mäßig, haben wir nicht viel gefunden, aber es sind so Kleinigkeiten, ja. Hier works with other brands, also in dem Sinne funktioniert es auch mit Lego. Ja, ganz nett von Stargate, sieht man auch nicht alle Tage. Genauso wie ich mitgenommen habe für 1,50 Euro diesen USB-Stick in Form eines Transformers. Es gibt wohl auch ein Original von Transformers, von diesem Decepticon Ravage, aber im Endeffekt ist es ein 15-Gigabyte-Stick. Man merkt, das Plastik ist nicht das Beste. Ich habe ihn hier, ihr seht ihn auf dem Foto, verwandelt. Das ist im Endeffekt, wie gesagt, ein Stick, weil mir bleibt er in Panther-Form, damit passt er zu Transformers Ravage. Finde ich einfach nur cool. Und für 1,50 Euro, da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Genau. So, für 50 Cent gab es dann dieses Kartenspiel mit Dinosauriern. Das ist vollständig, das ist ein Quartett von Ass. Ich habe kein Datum direkt gefunden, aber es ist noch mit vierstelliger Postleitzahl, das heißt richtig alt. Und ja, das konnte ich dann einfach nicht liegen lassen. Nicht liegen lassen konnten wir auch eine Menge Comics nicht. Und zwar habe ich hier einen Stapel Disney Comics, die gab es für 20 Euro. Sind in einem sehr schönen Zustand. Warum nehme ich Disney Comics mit in diesem Zustand? Eigentlich nur wegen den Comics, die dabei sind. Und zwar sind das hier Sonderhefte von der Miggy Maus. Haben alle mal 3 D-Mark 80 gekostet. Stammen aus den Jahren. Wenn man hier was sehen, auch noch vierstellig. Die Postleitzahl 91. Also beginnend mit 91. Und zwar haben wir hier, ich zeige es euch einfach. Der Prinz und der Bettler Knabe. Chip und Chap. DuckTales. 60 Jahre Goofy. Die Schöne und das Biest. Captain Baloo. Darkwing Duck. Chip und Chap wieder. Aladdin. Quack, der Bruchpilot. Also von DuckTales. Ihr auch richtig schön mit diesem Bildchen. 60 Jahre Donald. Der König der Löwen. Captain Baloo. Kufi und Max. DuckTales wieder. Feenlein Fiesel Schweif. Aladdin Neue Abenteuer. Tick, Trick und Track. Kufi und Max. Gargoyles. Timon und Pumba. 50 Jahre Onkel Dagobert. Spezial fast steht da sogar. Tick, Trick und Track. 60 Jahre. 70 Jahre Mickey Maus. 65 Jahre Spaß mit Donald. Ja, das war's. 25 Hefte. Wie gesagt, 20 Euro. Er wollte 80 Cent pro Stück haben. Das ist dann auch noch günstig, kann man sagen. Und so gab es dann diesen großen Stapel an Comics. Ja, kann man auch nichts dagegen sagen. Also gerade wegen diesen ganzen DuckTales und Chip und Chap daten, wer ist überlegt, haben wir nur die einzelnen Ausgaben nehmen. Und dann haben wir es doch für alle entschieden. Ja, kann man so machen, glaube ich. Ja, dann ist schon nicht mehr so viel. Also die Masse an Sachen haben wir diesmal nicht gefunden, obwohl es ist doch nicht gerade wenig. Es sind ja, wie gesagt, 25 Hefte. Ein paar Filme haben wir gefunden. Weil bevor ich zu Spielen komme, wir haben ein paar Computerspiele gefunden. Ja, da habe ich gefunden eine DVD, die gibt es auch als Blu-Ray inzwischen. Dabei habe ich dann mitgenommen für 4 Euro. Staffel 1 von Ripper Street habe ich nicht so oft gesehen. Habe aber hinterher gesehen, auf Blu-Ray gibt es da auch eine Komplett Collection. Und ja, gut. Für 4 Euro. Konnte ich jetzt nicht widerstehen. Und dann kommen Filme, die ich mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, es war so viel gebundelt, aber im Endeffekt habe ich jetzt gar nicht richtig sortiert. So, die 3 gab es für 10. Die gab es für 10 Euro und da habe ich einmal den Pierce Brosnan im Film Hackt mitgenommen. Das ist ein Film vom Regisseur John Moore, der auch Stirb langsam 5 und Max Payne Regie geführt hat. Und Behind Enemy Lines, der erste Film, richtig großartig. Dann war dieses schönes 3D-Lantikular-Cover, Drive Angry 3D mit Amber Heard und Nicolas Cage, ein großartiger Film. Ja, ein Durchschnittsfilm von den Wachowskis, den Machern von Matrix, nach einem Anime, also einer Anime-Realverfilmung, Speed Racer. Hatte ich noch nicht in der Sammlung. Und für den Preis, für den 10er konnte ich dann auch nicht widerstehen. Für, jetzt muss ich raten, 6 oder 7 Euro hat mein Bruder mitgenommen Avatar, The Way of the Water. Der zweite Film. Auch mit Bonus-DVD. Oder Blu-Ray. Und dann gab es noch, für 12 Euro, zwei Blu-Rays, oder beziehungsweise das eine ist eine Collection. Einmal hier Over the Top. Und die Superman 5 Film Collection. Da sind alle Filme drin. Da ist einmal Superman, der Film von 1978 als Director's Cut. Dann Superman 2, Allein gegen Alle. Superman 3, Der stehlernde Blitz. Superman 4, Die Welt am Abgrund, also die klassischen Christopher Reeve. Und Superman Returns mit Brandon Rose und Kevin Spacey. Und den gab es, der wollte er, was war das, 10 haben, den haben wir auch bezahlt. Und für die andere 4. Und da haben wir dann 12 Euro zusammenbezahlt. Im Endeffekt, jeden Euro runter, kann man auch nichts gegen sagen. Und wir haben diese Collection, die wollten wir schon mal haben. Wird etwas teurer, so zwischen 15 und 20 Euro kostet die regulär neu. Also in dem Sinne ist es noch ein ganz normaler Kurs. Kein Megaschnapper, aber man findet sie nicht so oft. Gut, bevor ich jetzt zu den letzten Teilen komme, nämlich zu Spielen, die wir gefunden haben. Und mein Highlight, wohlgemerkt, das sitzt hier unten. Und ganz still, wartet auf seinen großen Auftritt. Haben wir ein Buch gefunden, das war bei dem gleichen, wo ich jetzt die Brewery Collection gefunden habe. Der hatte noch Star Wars Bücher da. Und da haben wir auch mitgenommen, für 2 Euro, Star Wars The Old Republic Revan. Sondern das ist halt zu dem Computerspiel ein Roman. Es gibt da mehrere zu dieser Serie. Haben wir jetzt für 2 Euro mitgenommen. Mein Bruder war jetzt nicht sicher, ob er den schon besitzt oder nicht. Er konnte irgendwie in seiner Liste den gerade nicht finden. Es gibt mehrere aus dieser Reihe. Deswegen für den Preis einfach mitgenommen. Ansonsten wird er sozusagen wieder zum Tauschen freigegeben. In dem Sinne. Und dann gab es Games. Und zwar einen ganzen Haufen. Und zwar nur an einem Stand. Es war einfach so, dass wir, im Endeffekt, man muss sich vorstellen, wir sind über den ganzen Flohmarkt gelaufen. Es waren immer schönen Reihen. Diese Parkplatzreihen entlang. Und in der letzten Reihe, also wirklich das Letzte, was wir besucht haben. Und wir waren ja bestimmt schon über eine Stunde unterwegs. Haben wir eine ganze Reihe mit Playstation 4 Spielen gefunden. Bei einer Händlerin, Privathändlerin würde ich sagen. Die hat ausgemistet. Komplett eine ganze Reihe. Und das sind wirklich schöne Titel, wenn ich euch die gleich zeige. Und mein Bruder hat mir verboten, den Preis zu nennen. Aber es war ein Schnapper. Alle zusammen haben wir mitgenommen. Auch wenn wir ein paar haben. Aber es hat sich einfach gelohnt. Wir haben lediglich Fifas liegen gelassen. Es waren noch fünf Fifa-Spiele dabei. Die haben wir liegen gelassen. Aber sonst ist ein Megaschnapper-Kurs. Und ein paar fehlen mein Bruder. Und sind Upgrades oder so in dem Sinne. Aber da kann man echt nichts sagen. Und ihr werdet sehen, es sind einige Brecher dabei. So, ihr wollt wissen, was es ist. Und es sind, wie viele Spiele sind es überhaupt? So, sechs habe ich in der Hand. Und hier liegen noch mal fünf, elf Spiele. Wahnsinn. So, was haben wir hier? Sind aber gespielt worden. Das heißt, digitale Inhalte sind wahrscheinlich schon weg. Haben wir aber nicht ausprobiert. Logischerweise. Weil wenn man sie abgibt und hat es ausprobiert, sind die auch weg. Na ja, egal. So, wir haben hier nur Playstation 4, wie ich sagte. So, da haben wir The Witcher Wild Hunt. Diese Special Edition in Pappschuber. Dann The Last of Us Remastered. The Last of Us Part 2. Assassin's Creed Valhalla in dieser Limited Edition. Mit der Folgeversion des Spiels. Zusätzliche digitale Inhalte. Steht drauf. Dann noch Sealed. Rise of the Tomb Raider. 20-jähriges Jubiläum. Hat leider hier hinten irgendwie eine Quetzstelle. Aber noch Sealed, wie gesagt. Dann haben wir auch ein großartiges Game von Rockstar Games. L.A. Noire. Die sind alle in sehr schöner Zustand. Waren ein paar Fingerabdrücke auf den CDs. Aber die habe ich wegpoliert gekriegt. Ohne Probleme. Dann die Piggy-Version von Tomb Raider. Das heißt, das ist die UK-Fassung. Englisch, aber top. Ist bei uns auch deutsch spielbar. Das ist gar nicht das Problem. Dann haben wir hier The Order 1886. Richtig geniale Geschichte. Leider gefloppt, aber ein geniales Spiel. Ist so ein, ja, ein Shooter. Oder es ist halt ein Person-Shooter. Bisschen linear. Geht um den Wehrwolf. Ist so ein bisschen 18. Jahrhundert, wie gesagt. Aber so ein bisschen Steampunk-like. Also ich fand es richtig großartig. Kann ich auch nur empfehlen. Schöne Geschichte. Ja, hier haben wir Assassin's Creed Odyssey. Auch top. Dann Fallout 4 in der Piggy-Version. Aber deutscher Text-Sendung. Und das hat Prozent Uncut. Und als letztes Mafia 3 mit Familienrabatt. Richtig gut. Ja, was sagt ihr dazu? Und ich, wie gesagt, ich habe Verbot, den Preis zu nennen. Und dann könnt ihr euch denken, was für ein Schnabber das sein könnte. Aber, ja, das ist doch Wahnsinn. Das konnten wir nicht liegen lassen. Und im Endeffekt zu einem Zeitpunkt, wo es hätte schon längst weg sein müssen. Weil die hatte schon sehr viel von ihrem Stand aufgebaut. Aber irgendwie hat das keiner registriert. Oder hat gedacht, das ist einfach zu teuer. Keine Ahnung. Wir haben gefragt und haben echt einen super Schnurkurs bekommen. So. Und jetzt habe ich nur noch ein Highlight. Eben halt mein Highlight. Etwas, was mich jetzt am meisten begeistert hat. Irgendwo als großer Fan von Tim und Struppi. Ich habe etwas gefunden zu Tim und Struppi. Da war einer, der hatte eigentlich nur zwei Sachen von Tim und Struppi. Das eine habe ich liegen lassen. Das war ein Kissen von Tim und Struppi. Ist original lizenziert. Die sind auch, Tim und Struppi Sachen sind sehr teuer. Weil die Lizenz auch teuer ist. Und sie sind auch immer sehr sorgfältig und ordentlich gemacht. Also die achten schon auf die Fabrikation. Dass man ordentlich hat. Es gab ein schönes Sitzkissen. Ein Sitzkissen nicht. Ein schönes Kopfkissen. Oder Kissen halten. Diese typischen. Mit einem schönen Tim und Struppi Motiv. Wo Paddock und Tim drauf sind. Aber es war schon sehr, es hatte seine Flecken und es war immer nicht mehr top zu sein. Er wollte zu viel. Es war nicht mehr erhältlich. Es ist halt so, dass die immer limitiert sind. Dadurch sind die auch was wert. Aber es war mir dann, ja er wollte maximal noch 20 Euro dafür haben. Das war mir zu viel. Ist es, mag es wert sein. Ihr glaubt es nicht. Obwohl, aber der Zustand, das war mir einfach dann zu dreckig. Und dafür wollte ich keine 20 Euro ausgeben. Aber was anderes, was auch noch gewaschen werden muss, habe ich mir gegönnt. Ich habe auch 20 Euro bezahlt. Er wollte 25 haben. Ich habe runtergehandelt. Das ist ein wirklicher Schnabber. Denn diese Sache geht für weitaus mehr weg. Beziehungsweise kostet mehr. Es gibt ihn immer noch. Aber man bezahlt mindestens 50 Euro dafür. Wenn nicht noch mehr. Obwohl, ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe es noch geschätzt. Aber ich weiß, dass das teuer ist. Denn hier kommt ja mein neuer Struppi. In Lebensgröße. Ist das nicht niedlich? Dieser in Lebensgröße von Struppi. Der ging ganz schön 20 Euro. Wie gesagt, er wird noch gereinigt. Ich bin ja noch nicht so lange vom Flohmarkt zurück. Aber es ist eine sehr gute Qualität. Und ich habe schon einen kleinen davon. Er ist auch nicht stark dreckig. Er ist halt ein bisschen eingestaubt gewesen. Und so ein typisch ein paar kleine Flecke. Kriegt man aber alle raus. Man kann ihn. Es ist waschbar. Und ja. Ich konnte nicht widerstehen. Das ist dann sonst in seinem schönen Zustand. Und diese Originalgröße. Das sieht man schon selten. Und deswegen, ja. Mein absolutes Highlight von diesem Flohmarkt. Denn dafür hat es sich gelohnt, jetzt am Tag der Arbeit aufzustehen, anstatt auszuschlafen. Auszuschlafen und, ja. Sich zu freuen. So, das war es auch wieder. Für diese Flohmarkt-Funde, die ich gemacht habe. Lasst es mich wissen, was ist denn euer Highlight? Bei mir, wie gesagt, mein Stubi. Ansonsten sehen wir uns, glaube ich, beim nächsten Video hoffentlich wieder. Und liken, teilen, abonnieren. Darüber freue ich mich. Kommentieren. Sagt mir, was ist euer Highlight? Wart ihr auch auf dem Flohmarkt? Und so weiter. Wir sprechen in den Kommentaren. Und ja. Das war es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.